jo leute was geht ich bin's wieder heute mal wieder ein neues video naja was heißt neues video man kann es neues video sagen aber heute gibt es das video zum gewinnspielverlosung was denkt ihr was es denn gibt so ein spaß leute ich mache das gewinnspiel kurz und knappig weil das gewinnspiel ja so man nimmt teil man gewinnt man verliert 50 50 chance ok auf jeden fall was ihr dafür tun müsstet oder ja ihr einen moment ihr müsstet einfach dieses bild hier auf euren instagram account posten mich drauf markieren und die hashtags kevin keiler und kevin keiler offizial dazu machen und dann würde ich jetzt mal sagen dass ihr auch denkt dass ich jetzt nicht irgendjemand raus suche wo ich kenne oder so aber ich gehe jetzt einfach mal hier drauf und dann gucken wir mal also hier beginnt da 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 welchen soll man rausnehmen also in dem der gewinner ist marco underline collins ich werde dir auf jeden fall eine nachricht schreiben und mal gucken wie wir uns dann treffen wie wir das machen mit der bar mit dem gewinnspiel und zwar was ich erstmal verlose leute ich wollte wirklich selber erst nicht los werden aber es ist wirklich für meine community ich tue das für euch ich habe leute leute diese bar diese plant stripper war die habe ich früher glaube hier da oben wo warte da sechster platz street foot da wurde ich zweiter platz jung ich habe so viele zeugen und ich beweisen kann ich habe diese ich habe den lenker hier gewonnen ja gewonnen ich und die verlos ihn jetzt ich mache das einfach nur für euch da draußen wo kein sponsor haben und einfach mal eine chance haben beim gewinnspiel mitzumachen damit wollte ich euch einfach mal zeigen dass ich auch sozial bin tja also wie gesagt marco ich werde dich anschreiben wegen diesem lenker ja genau also ich würde mal sagen wenn ihr noch mal bock habt auf ein gewinnspiel noch ein viel größeres vielleicht kann ich auch irgendwas mit meinem sponsor organisieren dann leute ohne spaß ich bin jetzt auch mal light guide aber 150 150 likes auf dieses video damit euch ein nächstes gewinnspiel machen können auf jeden fall wenn euch das video gefallen hat mit dieser verlosung und wenn ich nochmal eine verlosung machen wollte wie gesagt 150 likes ich glaube easy macht bei leute kombi 150 likes was ist es kommt holt mal raus die likes lassen wir bitte den like button sprengen folgt mir auf instagram keil und kevin keil offizial blablabla 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 vor allem offizial jungs ich laber schon zu viel ich würde einfach sagen ich beende hier dieses gewinnspiel video peace out check this out ich bin raus